Boah, kann doch nicht. Also, ich habe heute die tolle Aufgabe und darf für euch diese ganzen Osterhasen-Schucke-Sachen probieren. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht. Ich habe mir ein, zwei Kolleginnen geschnappt und am Schluss sehen wir dann, welche Unterfahrung treibt ihr? Der OG. Der OG. Oh ja, der knackt. Gut. Was ist denn? Boah, mhm. Boah, das geht gar nicht. Ich finde es gut. Boah. Sie feiern Ostern. Wie findet das bei Ihnen statt? Danke gut. Ich dachte nicht, dass heute so ansteiger wird, die Arbeit. Das ist das Leben. Bei denen. Die sind mehr so. Die sind viel besser. Klassisch und mehr schlecht. Ich bin voll mit Schokolade. Aber, also das ist unser eindeutiger Gewinner. Das ist weiße Schokolade mit Erdbeeren. Schmeckt ein bisschen wie Joghurt. Wenn ein Punkt geht, das war für mich im Kampen. Okay? Das war schön. Das war für mich. Guck es nicht besser. Die Aus für mich. Und dann wieder auf das Bauen. Ich bin es besser im Kampen. Schokolade. Okay?